Dieser Renault Cynic steht hier zum Verkauf. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Partygefilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Start-Stop-Automatik, Regensensoren und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 131 PS auf ein Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017